Ein Kind einzubeziehen in die politische Auseinandersetzung, das ist völlig daneben. Eine Tochter zu instrumentalisieren in einer innerparteilichen Auseinandersetzung ist inakzeptabel. Noch dazu mit der ihr in den Mund gelegten Äußerung. Aber überhaupt ein Kind einzubeziehen in die politische Auseinandersetzung, das ist völlig daneben. Ich glaube, das hat es auch so noch nie gegeben, dass irgendjemand in der Politik ein Kind in Anspruch nimmt, um einen Politiker herabzusetzen. Geht nicht. 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 Vielen Dank.